Ja, Dachchen. So Ansage hätte man es jetzt nicht müssen. Musste aber. Ich gehe hier rein, obwohl der mit der Kamera sollte da reinlaufen. Ja, ja, ich möchte sowieso erstmal ganz kurz... Zack, upgrade. Kabel sprechen, nicht. Bereite Bio-Scan vor. Bitte auf das Hyperion-Emblem stellen. Ja, ich stehe. Keine Bio-Signatur. Ah. Bio-Signatur bestätigt. Hallo, Sexy. Bitte Passwort. Das Passwort lautet, ich liebe dich. Ich hoffe, der Stimmmodulator funktioniert, sonst war das alles umsonst. Das ist so sexy. Oh, Mensch. Ich liebe dich. Zugang gewährt. Oh, ich dachte, das funktioniert nicht. Nimm es als eine letzte Warnung. Nein, nimm es als meine letzte Warnung. Kehr um. Und ich verspreche dir, ich mache es kurz. Aber ich schwöre dir, einen Schritt weiter. Und jeder Menschen-Sanctuary kann im Sternen zusehen, wie ich ihm seine Lunge aus dem Leib reiße. Gewalttätig? Nein. Klingt aber eigentlich nett. Wir haben unsere scheiß Stimmenseele. Haben wir? Ja. Na gut. Ein Medium allein kann den Kammerschlüssel nicht aufladen. Man braucht einen Katalysator. Etwas, das seine Kraft erweckt. Man braucht... Eine Sirene. Jack hat sich seinen Sirenen-Katalysator vor langer Zeit gesichert. Er versteckte sich jahrelang vor der ganzen Welt. Warum habt ihr das nicht gesagt, bevor ich runtergefahren bin? Ich fühle mich jetzt ein bisschen intimidated. Alles gut, wir machen nur eine Befreiungsaktion für die andere Sirenen. Du bist nicht gut genug. Jetzt ist er schnell der Aufzug. Ja, ne? Das ist cool, wenn man aufspringt. Ich registriere, dass du dich näherst. Beeil dich und stoße zu mir. Du musst den Kammerschlüssel holen und mich ausschalten. Die hohe Welt. Ausschalten. Okay. Sonst ist hier nix, ne? Nö. Nur großer Raum. Was hat sie gerade im Deutschen gesagt? Und mich ausschalten. Ah, ich hab im Englischen einfach And deal with me. Okay. Na dann. Traveal. Control, Torangel. Okay. Na dann viel Spaß. Hm, sieht aus wie ein... System Shirk. Der Bossraum. Pfff. Hm, nicht ganz, nein. Aber vom Aufmachen erinnert mich das wirklich als System Shock. Also ein bisschen was, ja. Ja. Also stell dir System Shock irgendwie neu und den Borderlands-artig vor, dann sähe das so aus. Texturqualität ist ähnlich, irgendwie. Bei den Next Plates oben. Soll ich das Knöpfchen drücken? Nein, das mach ich. Genau. Richtig. Der Schlüssel wird ausgefügt. Hopp. Okay, das war mehr als Licht. Aber... Um zu verhindern, dass Jack den Krieger erweckt, reicht es nicht, den Kammerschlüssel zu stehlen. Du musst auch seinen Katalysator zerstören. Der ist so charatig. Hallo Gnathos. Und Angel. Und alles. Und ja, herrlich. Erstens, coole Katzi. Zweitens... Jack konnte mich jahrelang mit Iridium voll und benutzte mich, um den Schlüssel aufzuladen und seine Gegner zu manipulieren. Du hast Glados gesagt. Wenn die Iridium-Injektoren zerstört, die mich am Leben halten, wird der Schlüssel nicht weiter aufgeladen und eine lebenslange Knechtschaft endet. Also... Weg von meiner Tochter, verdammt! Das war so klar. Tschö. Verdammt, was war das? Station! Ich halte dich auf, was er hat. Ah, nichts noch! Die Iridium-Injektoren! Zerstöre sie! Warte, da oben! Ja, genau so! Und jetzt die andere! Achso. Die haben aber viel Leben. Oder ich bin nach unten effektiv. Unendlich viel. Die Iridium-Injektoren freizulegen. Warte! Andi! Wenn du dich aufhörst, komm ich runter und fuße dir selbst endlich das Land raus! Das ist gut! Aufartig! Ja! Warum nicht? Mach doch! Komm! Ah, Musik! Einfach mal ruhig sein jetzt. Und die Brauskampf genießen. Ich liebe dich, Sepp! Oh! Und die Brauskampf-Nability-Kampf-Stat, zerstöre. Und die Brauskampf-Stat. Und die Brauskampf-Stat-Stat. Und die Brauskampf-Stat. Und die Brauskampf-Stat. ... ... Munition ist zu dir unterwegs. Oh, geht doch gar nicht. Komm, wie immer. Engelhafter Richter, okay. Ich bin schon egal, klingt irgendwie cooler. Ich finde, die Geschütze sind krass. Schnapp die Munition. Schnapp die Munition. Hier, Munitions-Narschus. Hier oben! Brauchst du Hilfe? Wo? Ach, da oben. Okay. Hi. Wo? Auf der Brücke hier oben. Geil. Warte. Der Brücke. Mach kaputt. Ich meine, jetzt! Boah, er macht einfach da oben die Klappe auf. Wir fangen das vorab, der Geschütze. Ja. Au. Au. Mega, sterben bitte. Ja, ja, ist gut. Ich hab das, Jeff. Du sitzt viel zu ruhig. Die ist episch. Ruhe. Das ist deine Masche. Der will Schuldgefühle weg. Du sollst glauben, es sei alles deine schon. Über dich. Hatt ich nicht vor. Ah, ich brenne. Der ist Oda. Okay. So lange ich kann, mach ich's halt, oder? Ja. Na ja. Filt ist unten! Schieß auf den Injektor! Welcher Filt? Welcher Injektor? Wahrscheinlich der, an dem wir grad nicht dran sind. Ja, dieser hier. Der letzte. Oh, dass da ist sie jetzt. Ah, ein Redium. Eine Rediumdusche. Position ist zu dir unterwegs. Hi. Hi. Hey. Hey, nicht mehr lange. Oh, mein Befehl. Oh, mein Befehl! Oh, mein Befehl! Wow, mein Befehl! Ich bin nicht hier unten, Plastisch. Wunder gehüpft. Wunder gefallen. Kein Bock auf Warlord, Ayvade, danke. Gar nicht. Macht die Musik aber. Hat was, ja. Wunder, 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 wunder. Irgendwie ist Rollins wieder da hochgekommen, plötzlich. Deadback. Oder so. Hacks. Ja, hacks. Flyhack. Ich bin gut, dass er uns frei wird. Au. Schütze. Ja. Ich kann nicht. Ja, toll. Ja, toll. Hat's gut gemacht. Hier. Auch. Warum seid ihr gerade beide so tot? Rette mich und ich raue noch zu Simon. Ist gut, ich krieg den, äh, Guard hier weg. Bis ich heal mich direkt und... und... ist... schnacke. Ach komm, Rodan, so schwer kann das nicht sein, da Kabel rauszureißen. Leg du mir mal, die sind ja echt... Wenn ich die Server umringen will, ist es schon. Hab dich. Zum Teufel mit dem ersten Gesetz! So leicht murks nicht keiner ab. Wie hält die das aus? Lizeth hat ja schon mit den kleinen Steichen die ganze Zeit innere Lötung gehabt. Wie hält das nicht wirklich aus, dass es hier... Keine Ahnung, Willenskraft. Die Tatsache, dass sie geile Flügel hat. Das reicht schon, ne? Ja, irgendwie, ne? Lymph hat Flügel, Engel, Flügel. Ja, Lymph hat die Flügel ja neu angemalt, quasi. Ja, komm, die sind euch natürlich. Die Menschen, die alle sind, die alle sind, die alle sind. Ja, es ist nicht so. Versprechen wir das, das wird nur noch. Ja, ich bin kein Zehn. Ja, ich bin kein Zehn. So langsam ist auch er nicht mehr ganz sehneruhig, ne? Irgendwie ja. Er beginnt jetzt langsam mit dem... ...ein ist aber ganz angenehm. Ja, es ist nett, ihn mal nicht als den Freundlichen zu sehen. Naja, so freundlich mal, ja. Ja, im Sinne von immer gut drauf und immer nach Mutti, ich bin besser als ihr. Das ist er grad nämlich nicht mehr. Du? Okay, er ist besser als Konstantin, wie immer, aber... Ich krieg so viel XP durch euch, ne? Ich hab's mal sehen, ey, wie besser ist. Okay, jetzt hab ich mich grade sehr gekillt. Das ist nice. In Regen im Dusche! Ja, ich hab mich doch nicht gehört. Ja, ich hab mich doch nicht gehört. Tore tief rein und so. Oh, Lilith! Was, wo? Lilith ist grad gekommen. Ey, Sirene. Ich hab grad die Aussage. Ich hab dir gesagt, dass du nicht kommst, aber mir egal. Holy shit. Warlorder, der direkt auf mich draufballert. Verbrenne! Ja, das ist da. Ja, scheiße. Alles gut. Nächstes geht. Doch, alles ist gut. Ey, der ist Loader down. Ja. Ich aber auch. Ja, ich komm zum einen von euch beiden Badressen. Sorry. Ich bin jetzt nicht ganz raus, ey. Guter Schuss! Ich mag Lilith. Jo. Ah, noch mehr der ist Loader. Ah. Ja, ich hab den zweiten grad schon gekillt. Es gibt glaub ich drei grade, ne? Ne, ich kann wieder rein. Nice. Der Firehawk. Alles klar da drüben? Ja, komplett. Alles ist nur was noch. Ach, der Fluffel. Von was ich mich frage ist, warum erleidet sie Schmerzen immer wenn wir ihr Iridium abmachen? Weil sie vom Iridium leben erhalten wird, hast du nicht zugehört. Ging schwer, dank euch. Oh, die Kanonen sind wieder online. Ja. Meiner ist down. Meiner will gleich auch. Jo. Wo? Simon. Hab dich. Danke. Geht einfach schneller, wenn ich das mache. Jo. Was? Nix gegen. Ja. Gesundheit. Danke. Wecker. Komm, mach die kalt. Äh, stellten Winkel anscheinend doch wieder Allergien. Nervig. Aber bleibt nicht aus, ne? Ja. Lass sie die Zeit dafür. Also inwiefern würdest du davon im Leben erhalten? Wohl niemand erklärt. Inwiefern, dass sie immer damit gefüttert wurde. Ja. Mit den Abhängigkeits. Ja, das ist der Nachteil, wenn man auf Englisch spielt und irgendwie Multiplayer, dann kann man einfach nicht gut genug zuhören. Ja, unser Ziel. Was auch nicht so leicht ist, wenn man gerade kämpft. Mit den Abhängigkeits, als im Leben, wird sich nicht mehr abgehoben. Hörst du mich? Bitte. Hörst du meine Karne oder nicht? Herr Pflicht uns an? Ja. Holy Shit. Okay. Ich meine, ich will Angel auch nicht töten, ich mag Angel, aber... Aber die will sterben. So wie die da aussieht, keine Ahnung, finde ich nicht mehr nett. Alter, geht das ab ey. Dann soll das noch dauern. Ja, bis Roland es schafft, die letzten Kabel da rauszureißen. Weil Roland immer noch dumm ist. Ein reines Metzl hier zwischen Roland und uns. Und dass man seit wievielfünf Jahren diese Loader hier abknallt. Und ich krieg's so. Er verliert die Ruhe, das ist so schön. Haben wir's jetzt? Oh, ein Licht. Boah, ihr Angel. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Danke, Freund. Angel, mein Schatz, du kannst das verhindern. Ich verzeih dir auch. Dad, ich muss dir was sagen. Du bist ein Arschloch. Angel? Nein, Angel! Was für ein Mensch tut so etwas seiner eigenen Tochter an? So einer hat den Tod verdient. Hey, Quest! Ich fand, das waren passende letzte Worte. Dad, you're an asshole. Im Englischen war's schön auch, ja. Ich gehe aber davon aus, dass das mit Deutsch ganz genau so war. Jo. Ja. So. Sie ist tot. Jetzt hat Jack keine Chance mehr den Krieger zu wecken. Wir haben den Kammerschlüssel, aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssen Jack finden und ihn erledigen. Lilith, bring den Kammerschlüssel zu Tannis. Ich übernehme Jack. Oder auch nicht. Ruhe! Du Dreckskerchen! Du Dreckskerchen! Ich werde... Vorsicht! Wie geht der Spruch? Kämpfe niemals gegen einen, der nichts mehr zu verlieren hat. Ich werde dir zeigen, wie viel du noch zu verlieren hast. Und ich habe die mächtigste Sirene des Planeten, um das zu tun. Lilith, töte den Kammerjäger. Wir haben noch ein Date mit dem Krieger. Du es, Lilith! Was ist passiert? Was zum Henker ist passiert? Der Splatwing! Und jetzt das? Kammerjäger! Wir treffen uns in Sanctuary! Wir müssen Lilith zurückholen! Lol. Okay. Gut. Einfach im Lagerraum von Marcus. Das war das Beam in seiner höchsten... Munition! Lord! Was ist das für ein Vergettenwerfer? Mensch! Muss gucken. Geil! Nein, das ist meiner. Sehr geil. Damit könnte ich dir. Alter! Glaubt, die ist noch besser als meine. Hier ist noch mehr. Ich glaube, jetzt geht es erst richtig los. Ja. Ganz, ganz viel Kram vergleichen. Über eine halbe Stunde lang. Und ein bisschen Endboss-Time jetzt, ja. ...